Ein Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Der Kaufhabene SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber und vieles mehr. Der Allrad Diesel hat eine Leistung von 150 PS und wird über ein Automatikgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis BesterRyan Bester Bis zum nächsten Mal.